Das 200 Gramm Zurückkommen haben wir ja jetzt alle mitbekommen, haben uns sehr drüber gefreut, aber jetzt geht es langsam endlich los, das 200 Gramm Zurückkommen. Und da habe ich noch ein paar Infos zusammengesucht, wollte nochmal mit euch drüber reden, einfach, dass das jeder mitkriegt. Das 25 Gramm Gesetz wurde ja gekippt, wir haben es erfolgreich geschafft und es durften wieder 200 Gramm produziert, hergestellt und auch vertrieben und verkauft werden. Und jetzt ist langsam der Zeitpunkt gekommen, wo die Sorten nach und nach in den Handel kommen. Und da habe ich eine Liste für euch angefertigt, wo alles draufsteht, was man wissen muss. Und das hier ist die Liste, die ihr neben mir seht. Und da seht ihr in der ersten Reihe erstmal die verschiedenen Marken, in der zweiten Reihe den Preis und in der dritten Reihe den Release. Alles, was grün ist, gibt es auch schon. In welchem Online-Shop und in welchen Offline-Shops kann ich natürlich nie sagen, das sind immer verschiedene. Aber wenn man da ein bisschen Google anschmeißt oder ein paar Freunde fragt, wird man das relativ schnell finden. Und ihr seht auch schon, dass da relativ viel grün ist. Die guten Nachrichten für Virginia-Raucher, es ist fast alles verfügbar und die letzten Virginia-Sorten, die noch fehlen, die sollten jetzt auch demnächst eintrudeln. Das heißt, wenn ihr gerne Virginia raucht, dann ist der fertige, wundervolle 200 Gramm Shisha-Tabak schon in sehr vielen Online-Shops für euch wieder verfügbar. Wer Dark Blend raucht, muss noch ein kleines bisschen länger warten, außer bei Blaze. Blaze gibt es schon und Blaze wird auch einer der günstigsten Dark Blends sein. 29,90 Euro und damit genauso teuer wie Tabak in Spanien. Also wie Dark Blend in Spanien. Und das, obwohl Virginia in Spanien normal deutlich, deutlich günstiger ist. Also so eine Dose Holster kostet zum Beispiel in Spanien irgendwie 16 Euro. In Deutschland kostet sie jetzt aber 27 Euro. Und da hätte man ja eigentlich denken können, okay, wenn dann ein Dark Blend in Spanien 30 Euro kostet, dann wird der ja in Deutschland irgendwie 40 Euro kosten. Aber zum Glück ist das bei Blaze nicht so. Blaze ist bei 29,90 Euro. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Die Virginia-Preise sind noch ein bisschen durchwachsen. Ihr seht zum Beispiel hier in der Liste, hier unten steht Afsal mit drin. Der ist noch für 19,90 Euro erhältlich. Da ist aber eher so die Theorie, sag ich mal. Der Buschfunk sagt eher, das sind wahrscheinlich noch alte Banderolen. Und deswegen ist der noch so günstig. Also wenn das weg ist, müssen die Maybe auch noch erhöhen. Weiß ich nicht. Wenn da jemand mehr weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Und speaking of Kommentare, wenn ihr von Marken wisst, die auch schon in 200 Gramm verfügbar sind, dann schreibt mir gerne auf Insta, einfach add Marvin Dutine. Anschreiben, sagen, ey, die Sorte gibt es, was sie kostet und wo ihr sie online schon gesehen habt. Und dann kann ich die auch noch mit in diese Liste packen. Die Liste werde ich euch auch unten verlinken. Könnt ihr euch auch immer angucken. Und die wird auch so gut es geht aktuell gehalten, sodass ihr immer Bescheid wisst. Beim Dark Blend dauert es wie gesagt noch ein bisschen länger. Must-Age, Blackburn und Nasch kommen erst noch. Sollen aber auch laut Info von der New GmbH, die das ganze Zeug ja nach Deutschland importieren, in 200 Gramm kommen. Must-Age wird 35 Euro kosten und vermutlich Ende September da sein. Blackburn wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 33 und 35 Euro kosten und ebenfalls Ende September verfügbar sein. Und Nasch soll sogar noch im August kommen. Hoffen wir, das stimmt. Aber das ist auch sehr, sehr geil und soll auch 33,90 Euro kosten. Also ihr seht schon, Virginia hat das meiste so um die 27 Euro rum. Und Dark Blend hat das meiste so um die 33 Euro rum. Und dann immer mal jemand 2 Euro billiger, 2 Euro teurer. Manche haben vielleicht sogar noch alt bestanden und es ist noch ein bisschen günstiger. Aber die guten Nachrichten sind, die 200 Gramm sind zurück. Sie sind in vielen Shops verfügbar. Manches kommt noch nach. Aber es kann endlich wieder losgehen und wir sind endlich die kleinen Scheißdosen los. Also wenn ihr noch mehr über Sorten wisst oder Marken wisst, die schon verfügbar sind, schreibt mir gerne eine DM und dann füge ich das alles noch in die Liste hinzu. Ansonsten stöbert gerne mal durch die Liste. Und dann willkommen zurück zu 100 Gramm. Willkommen zurück. Öğren Untertitelung im Auftrag des ZDF für die Regierschaft.